Uniform, hier im Süden sind alle Fanfarezüge mit einer Landsknechtuniform ausgestattet. Landsknechte, für alle die, die es nicht wissen, sind früher Soldaten zu Fußweseln, die mit ihrer typischen Pique ausgestattet waren und sind damit zufällig gezogen und es hat sich irgendwie hier bei den Fanfaren durchgesinnt. Der Landsknechtzug Jennifer Freiberg aus Laufheim, herzlich willkommen. Und was ist ein so stürmisches Schlafzimmer? Wundervoll. Musik Musik